Seit Tagen gibt es Gerüchte darüber, doch jetzt ist es offiziell. Windows 10 bekommt einen Nachfolger, Windows 11. Die wohl größte und offensichtlichste Änderung im Vergleich zu Windows 10 ist das Design. Durch das rante Betriebssystem zieht sich jetzt ein modernes und abgerundetes Design. Was als erstes ins Auge sticht, sind die Programme in der Taskleiste. Sie sitzen jetzt in der Mitte und nicht mehr am linken Rand. In diesem Zug wurde auch das Startmenü überarbeitet. Da das Windows-Icon in der Mitte ist, befindet sich natürlich auch das Startmenü in der Mitte. Der obere Teil des Startmenüs ist für Programme vorgesehen und im unteren Bereich werden die zuletzt verwendeten Dateien aufgelistet. Diese können sowohl vom PC stammen als auch aus der Cloud. Windows 11 soll beim Starten als auch beim Login schneller sein und zudem weniger Energie verbrauchen. Die Windows-Updates werden um 40% kleiner und laufen im Hintergrund effizienter. Auch im Fenstermanagement gibt es Neuerungen. Über das Symbol zwischen Fenster minimieren und Fenster schließen gibt es jetzt die Möglichkeit, sich eine Auswahl an Fensteranordnungen anzuzeigen. Microsoft nennt das Snap Layouts. Dann gibt es noch sowas wie App-Sammlungen. Das ist ein eigener Taskleister, das erscheint, wenn man gerade mehrere Programme nebeneinander geöffnet hat und dann irgendwas anderes macht. Wenn man jetzt wieder zurück will, wird einem das von der App-Sammlung ermöglicht. Noch ein weiteres Feature ist, dass wenn man zum Beispiel seinen Laptop von einem externen Monitor absteckt, dass sich Windows dann merkt, welche Anwendungen auf welchem Bildschirm wie waren und sie dann beim Reconnecten wieder zurücksortiert werden. Im Bereich der virtuellen Desktops ist es jetzt möglich, für jeden Desktop ein anderes Hintergrundbild festzulegen. Microsoft hat es auch sowas ähnliches wie das Google Discover eingeführt. Es nennt sich Windows Widget. Hier werden einem personalisiert Wetter und Nachrichten gezeigt. Die Touch-Bedienung wurde ebenfalls verbessert. So vergrößern sich im Tablet-Modus die Abstände zwischen den Symbolen in der Taskleiste und die Flächen zur Anpassung eines Fensters sind auch größer. Für die Bildschirmflastatur gibt es viele neue Layouts und Spracheingabe ist auch möglich. In puncto Gaming hat sich auch etwas getan. Für die Spiele steht jetzt nämlich Auto-HDR zur Verfügung. Via der Direct Storage API ist es den Entwicklern jetzt möglich, die Ladezeiten ihrer Spiele zu verkürzen. Was Entwicklern jetzt ebenfalls möglich ist, dass sie ihre Apps einfach an den neu designten Microsoft Store bekommen und Microsoft bei kostenpflichtigen Apps keine Provision verlangt. Eine wohl sehr große Neuerung ist die Unterstützung von Android-Apps in Windows 11. Diese funktionieren quasi wie ganz normale Windows-Programme. Zur bessere Performance kooperiert Microsoft mit AMD, Intel und Qualcomm. Wann Windows 11 auf dem Markt erscheint, wurde auf dem Windows-Event nicht bekannt gegeben. Es wird aber wohl im Herbst erscheinen. Eine wichtige Sache gibt es noch zu erwähnen. Die CPU-Kompatibilitätsliste ist im Vergleich zu Windows 10 extrem geschrumpft. Läuft Windows 10 mehr oder weniger auf jedem PC, so benötigt man für das neue Windows mindestens eine Intel-CPU der 8. Generation oder einen AMD Ryzen-Prozessor der 2. Generation. Was haltet ihr von Windows 11? Gefällt es euch mit all seinen Neuerungen oder haltet ihr es für eine reine Marketing-Aktion von Microsoft? Schreibt es doch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal. Ciao.